herzlich willkommen zu einem neuen projekt von art nexus gaming hier hängen wir gerade irgendwie etwas in der luft das sollte eigentlich nicht sein ja springen kann ich irgendwie das hier jetzt ich habe und mit dabei bin auch ich der joshi ja genau hier jvlp die beiden typen von art nexus gaming das ist die beiden wohlgemerkt eure eure lieblingstypen hoffentlich okay jetzt ist die einstellung auch richtig hast schon so ja ich war ja jetzt ist richtig geht doch und jetzt geht es wirklich besser als dir ich bin noch weiter vorne als du unglaublich so granate nutzen sie heute noch granateen das medikament bei sonst auch was verdammt noch zehn ich hätte ihn getötet eigentlich aber ich hab's nicht getan 16 gesundheit hatte der von seinen 200 wo man scheinbar mädchen hat falls ihr dieses spiel nicht kennt wo ich schon wieder gestorben war die Prozent wenn ich gut habe ich glaube es ist wirklich zu empfehlen irgendwann bis die fortkackt aber sonst ist alles perfekt ach so wir sollten wir sollten auch Geld bekommen ich finde wir sollten auch für Geld bekommen also dieses spieler 1 wie er gerade auch gesehen haben wir einen eingeboren worden boah schlecht als du, viel schlechter als du ich weiß es nicht, hat man nicht geglaubt ja, das willst du denen aber auch nicht zeigen 0 zu 5 was bist du denn für einer oh man so, wir werden jetzt noch mal kurz gucken, da sind die, wir spielen mit sehr wenigen Leuten übrigens, merke ich so, wir werden jetzt wieder ins Spiel rein boah man, von hinten, von hinten, von hinten oh, 1 zu 6 und ich bin vor dir, yeah so, wir sind die jetzt hier da ist einer, oder einer nein maaaann 1 zu 7 1 zu 7 ja, seit einem halben Jahr glaube ich nicht mehr gespielt ja, er hat jetzt Battle Steel ja, er hat jetzt Battle Steel den natürlich war ja klar das ist nur ich hab ich hab die zweimal nicht getroffen das war jetzt gerade ein etwas Fail da sind wir unseren Kollegen Yoshi Yoshi, mach sie alle kalt ja, man was geht also da ah, da kommen sie ok, du sicherst da und ich sicher hier, ne ja, guter Plan, aber schlecht umgesetzt, achte die kommen von hinten hier, ich weiß oh ja, ne das ist ne Granate einfach ja war Granate ich war Granate granate granateen nutzen sie granateen und alle ihre Probleme lösen sich geradezu in Luft auf ha, der war jetzt schlecht ähm so, da steht wieder die so, einfach mal sichern hier, ne einfach schön den Punkt halten so ich kaufe noch was im Depot hier gibt es nie solche Depots, wie man sieht ja, Mann ja, Mann nein ich kaufe mal die Stinger im Fallen im Fallen und jetzt wurde ich getötet äh, getötet und das heißt, dass ich die Stinger wieder verloren habe und der könnte sie jetzt aufheben, wenn er will aber naja doch naja nein ich bin gestorben das ist ja unglaublich ich hätte ihn getötet hätte er nicht weniger rufen oh, der hatte eine Mine ne, ne Granate also doch ne Granate hier, ich, äh also, ja, ich bin Kampferbrucht wie man sieht ja, ich ja 4 zu 7 äh wie gesagt ich muss mich erstmal wieder ins Spiel reinfinden und ah, Achtung die Komponenten Granate ja guter mit einem schweren LMG mit einem schweren, leichten Maschinengewehr haha ja ja so, wo sind die jetzt wieder schon ich weiß es nicht ne, sie sind da wuuu Punkt Erobat ich bin so gut hm, okay der hat jetzt, Achtung der hat einen Mech ok, mein nächstes Shop in diesem Spiel gibt es Mechanzüge ja, das sind kleine ganz knuffelige Dinger, die überhaupt nicht Teilen overpowered sind nein wie kommst du darauf ja, das sind Panzerte Anzüge, die kann man als Mensch also, äh was man auch da auch immer ist kann man die da anziehen upsala und kann damit dann einen Haufen Leute killen weil die eine ähm ein, äh ein Maschinengewehr haben und eine Railgun ja die man gerade gesehen hat aber mit diesen Stinger-Raketen kann man die ganz einfach töten indem man beide Schuss abfeuert innerhalb von zwei Schüssen ja, mit der Stinger ja, mit genau aber man kann den natürlich auch Leben abziehen indem man ein paar Granaten oder mit normalen Pistolen drauf feuert so, jetzt steht wieder aus jetzt ist wieder ausgleichs angesagt aber jetzt kommen sie von da so hier, schwamm ich könnte ja auch nochmal eine zweite bewaffnung wann wird das Ding jetzt mal aktiviert? hallo? so jetzt habe ich meine Maschinenpistole ja ähm das Ding wird nicht aktiviert warum auch immer ah ja, genau so, ich schütze mich mal in meinem Mech ich habe mir gerade ein Mech gekauft den habe ich hier unter Vertrag genommen ja wie viel kostet der dich denn? äh, so 20.000 oh nein ne, also dieser Mech kostet, ähm 1.300 die sieht man hier unten, wenn du da mal dahin guckt hier 860 KP habt ihr im Moment ich habe jetzt auch schon zwei Sachen im zahlen meine Finger für 400 Kampfpunkte gekauft deswegen habe ich im Moment etwas wenig wuhuu sonst könnte ich mir jetzt auch was nicht holen na guck die Kampffunkte steigen gerade die Kampffunkte steigen wenn man jetzt zum Beispiel Kills macht oh man, den wollte ich messern äh, wenn man zum Beispiel Kills macht steigen die also bekommt man zugerechnet das war dumm gerade aber dafür bin ich immer noch vor Jay das ist gut also wenn ich vor Jay bin dann ist das immer gut also normalerweise weil hat sich der Server gefüllt sich äh bei dem Spiel spielen immer 8 gegen 8 also insgesamt 16 Spieler äh, hell hier jetzt sieht sieht man hier in der Mitte äh, dass der Mechanzug jetzt im Depot erhältlich ist und den werde ich mir jetzt auch kaufen äh, der Kampf uns zulässt so, ich seh, da kommt einer von hinten nein, ich bin leider gestorben wieder aber dafür bin ich immer noch weiter und sieht gut aus das ist überliebe das ist überliebe boah, hau hau so, wir haben eine Stinger wie es aussieht bisschen nachteilig, das Ganze die sind alle hinten bei ihrem Spawnfisch jetzt mich noch mit gefürzt äh, geht schlecht weil ich hier gerade am ich möchte nämlich mal den Mechanzug zeigen ich möchte nämlich mal den Mechanzug zeigen ja dann mach das mal oh man hier muss er werden wo soll ich mir immer über einer freien Sch- unter einer freien Sch- unter einer freien Sch- unter freien Himmel das ist zu sagen eine offene Ergräse Dett so, einfach mal schön über Dett geht doch jetzt dann kommt der von oben runter und wenn man drunter steht, wird man erschlagen das ist nämlich immer sehr schön also, ja so, jetzt kenn ich grad gegen Mech und hab ihn besiegt jetzt hab ich noch 10.400 Rüstung jetzt seht ihr oberhalb von meinem Ziel Brennrohr oder was so, ähm die kommen von links da wo der Doberkin 1 steht da kommen die gerade so, mal gucken so, jetzt steht mir leider ja, keine Chance gegen mich so, das ist jetzt dieser Mech nein, jetzt muss ich nachladen aber ich glaub, der hat nach Mech das auch nicht überlebt doch, der hat's überlebt ganz, ganz wenig hatte der nur noch ganz wenig also hast du ihn gefüllt nein und ich würde auch von dem meine KD steigt oder ich wurde von der Explosion deines Mechst gekillt so oh das tut mir natürlich leid oder auch nicht ja, dankeschön ist immer natürlich freut dich wie eh und je ich hab natürlich mal so, wir haben gewonnen so, wir haben gewonnen und ich bin leider dritter aber wir sind zu beiden, äh auf dem Treppchen deswegen passt das das ist ganz kandidat ne? ich bin zweiter ja 12 zu 12 meine KD 5 Punkte 5 Punkte ich glaub's nicht jetzt kommt meine KD von Yoshi an 6 Kills und 18 Tode ich hab 12 Kills und 12 Tode auch nicht meine beste aber hinein etwas so, hier ist mein Level und dafür hab ich 5 Punkte weniger also naja man, also es kommt auch aufs Objective-Spiel an schön immer objektiv äh, die Marken hier jetzt zum Beispiel beim Kill Confirmed einsammeln und ne? so weiter und so fort ja aber es kommt auch auf die Kills drauf an also so ist es jetzt nicht ja jetzt, jetzt hier Kill Confirmed das ist die Abkürzung KC ja das ist ein neuer Spielmodus der ist erst vor 2 Patches glaub ich rausgekommen ähm der das kennt ihr aus Call of Duty Abschluss bestätigt genau das ist der Spielmodus das ist im Prinzip genau das gleiche nur sind das keine Hundermarken sondern äh, ja nenn ich's mal holographische irgendwas ja holographische Abzeichen genau möchte man sagen und diesem gilt es einzusammeln wenn man einen killt muss man hinrennen zum Todespunkt und muss sie einsammeln dabei besteht natürlich die Gefahr dass Teamkameraden von denen noch da sind und die Teamkameraden wiederum können können ähm also Marken vom eigenen Team einsammeln sodass sie keine Punkte dem Gegner im Team bringen wir spielen hier auf einem Pure Halo Deck Server so heißt die Map also die Map heißt Halo Deck und äh wenn es nur vorsteht heißt das das ist eine komplette das ist nur der Server ist der nur auf Halo Deck läuft genau hat sich schön erklärt so da kommt der Darts hier der kommt die Treppe hoch gesehen geäumelt nein der hat mich doch gekillt der hat jetzt hier unten beim Spielstand äh unter der Reinitalisierung sieht man die den Spielstand so wenn ich jetzt eine eingesammelt hab dann bekommt mein Team einen Punkt so der Darts hier hat mich jetzt leider getötet aber dafür habe ich noch eine bessere Karte als der Jay hier ja genau das wird sich noch wandeln aber wandeln richtig so irgendwie hab ich ein bisschen Glück so na man ich hätte nachladen sollen aber da hätte ich auch keine Chance gehabt so wir liegen im Moment noch vorne mit 10 zu 4 hier und ich habe gleich von Anfang eine positive KD das ist schon mal gut noch habe ich auch noch eine positive das wird sich äh doch oh man werf du die Granate weg boah jetzt habe ich eine negative jetzt haben sie mir Spawn weggekämter unglaublich so warte ich ähm meine erste überwaffnung ich weiß gar nicht achso ja meine erste überwaffnung ist die hier ein Sturmgewehr ein leichte äh ja ein leichtes Sturmgewehr ich glaub ich glaub Sniper ich nicht ein ne ich nicht ein ein ganz kraftig oh so das ist nicht Sagt doch was, dass da der Einer steht. Ja, jetzt hat die mich gekillt. Nein, ich dachte, den krieg ich noch. Schade. Ich wollte ihn unbedingt messern. Ich wollte mal eine Show. Das ist eine D. Du kannst mal wieder nicht die Charaktere voneinander unterscheiden. Ach, ja, Little Black Cat ist eine D. Ja, sagt doch der Name, glaube ich. Jetzt haben die anderen, ähm... Ja, Katze kann auch Katze sein. Ja. Oh Mann, Mann. Dieses Spawncamper, ganz ehrlich. Ja. Kennt man. Das ist in jedem Spiel so. Sogar... Ach, nee. Och, komm schon. Na gut, da war ich jetzt selbst dran schuld. Das sehe ich ein. So, das ist auch eine D. Das bin ich. Alter. Wie schnell bin ich down? Ja. Inzwischen haben die ja alle hier so 240er Rüstung. 4 zu 8. Ja. Gut, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, gut. Ich habe die standardmäßige 200er Rüstung. Ja. Ich glaube, es geht los, ne? Jetzt kommen die hier zu viert. Ja, ich bin auch, glaube ich, es hackt. Echt? Was? Ja, ja, ja. Ich glaube, es geht los, ne? Ja, einen habe ich noch angefragt. Ich habe einen getroffen, sogar einen getötet. Sogar richtig. Ich muss, glaube ich, wieder meine anderen Bewaffnung nehmen. Ja, nicht. So, wie sind die denn jetzt hier? Wieder da hinten. Granate erstmal zur Begrüßung. Die war eigentlich auch sehr gut. In der besten Granate, von denen man sich wünschen kann. Och, man. So, es läuft jetzt hier gerade nicht so rosig. Jo, was sagt eigentlich die Uhr? Die Uhr sagt, dass sie stehen geblieben ist, warum auch immer. Ja, das ist natürlich sehr gut. Bis wir auch, wann wir Schluss machen müssen. Ah, nee, doch nicht, siehst doch nicht, siehst doch nicht, siehst doch noch 25 Minuten. Dürfen wir euch beglücken. Hoppala. Hoppala. Würden Sie bitte Hallo sagen? Ich bin belästigt. So, wir sind im Rückstand. Ich hätte noch einen Schuss gebraucht, da liegt die Mine. Hallo. Mine entschärfen. Meine Seine Pistole. Ich kann die Mine nicht entschärfen. Die laufen irgendwie alle im Verband. Im Verband? Sind das alles Numien? Sind das alles Numien? Ach, ich muss im Verband. Der muss jetzt sein, gell? Der schlechte Witz muss sein. Oh, verdammt. Ich bin mal wieder nicht getroffen, nur die Hälfte ist Leben abgezogen. Ich hab den voll eingedeckt und der ist nicht umgefallen. Ja, richtig schön zugedeckt mit Kugeln. Was das nicht gedankt hat, unglaublich. Das klingt natürlich Wärme so eine Deckung aus. Ja. Aus Blei, vor allem ist es... Ja. Schönes... warmes... Und ich bin... Oh, doch nicht. Wow, das war aber ganz schön klar. Achtung! Ich bin leider gestoppen, weil die hinter mir gespawnt sind und das war very awesome. Oh. Und ich hab das bessere KD als der Jan, das ist ein Jahrhundertereignis, möchte ich sagen. Ein Jahrhundertereignis. Ja, aber auch nur, weil ich, äh, kürzlich nicht im Spiel drin war. Also, geistig, mental. Na, jetzt, jetzt! Oh! Oh! Nicht bekommen. Und auch noch gekillt worden. Ja, das ist natürlich hart, möchte ich sagen. Hm, ist es auch. So, warte, jetzt gibt's auf... Auf die Kauleiste. Na, Sammer, das gibt's doch gar nicht, ich treffe die einfach nicht. Doch. Ja, Leute, sie ist auch die Kills einsammeln. Kein Wunder, dass wir hier hinten liegen. Doch, hier liegen bestimmt noch Rolls- und Mut- und Sparten rum. Man, die Fachschätzung auch gerne, ne? Nein, fehlgeworfen, weil es kann ich doppelt viel gemacht, vielleicht sogar dreifach kill. Doch. 4 zu 14 läuft, würde ich sagen. Ich bin auch schön dritter, so wie es sein soll. Dich habe ich gesehen. Ja, das ist gut. Vielleicht solltest du aber eher die Gegner als mich sehen. Ich meinte gerade den Gegner, den ich gekillt habe. Und, äh, jetzt ist es schon wieder noch 36 Leben. 37. Das Besondere bei diesem Spiel ist vor allem auch, ähm, dass das Leben sich komplett wieder auffü- Äh, so dunkel. Dass sich das Leben zu helfen wieder auffüllt, wenn man jetzt, äh, unter, ich weiß nicht, man hat 200 Leben abgestattet. Und man bekommt jetzt so viel abgezogen, dass man nur noch 50 hat. Killing doch. Ja, ich wusste nicht, dass das ein Gegner war, das war mir entfallen. Hoppala, Ola-Hamster, der Ola-Hamster hat mich getötet. Das ist, so, äh, das heißt, wenn man nur noch viel zu kleben hat, bekommt man wieder die Hälfte dazu, also, das heißt, man bekommt bis zur Hälfte des Lebens wieder aufgefüllt, von 200 an, dann haben wir also wieder runter, falls ihr das Spiel noch nicht kennt. Und das ist mein Level-Up und das ist der dritte Platz und das finde ich saugeil. Ja, man. Ja, man. Aber leider haben wir verloren, deswegen... Kriegen wir keinen Bonus. Ja, und bin ich nicht schön auf dieser schönen Wand zu sehen. Naja. Was für eine Wand. Dieses schöne Sieges-Wand, möchte ich es nennen. Äh, hier, ne? Äh, finales Treppchen, das Treppchen. Das war das Gegnerische Team. Ja, deswegen ja, weil das Gegnerische Team gewonnen hat, sonst hätte ich... Achso. Das meintest du. Genau, das meinte ich. Verständnisse bei Art Nexus Gaming, das fährt ja schon so dann. So. Ähm, break oder noch weiter? Würdest du sagen, noch weiter hier, ne? Ich mache es so Spaß, Leute, oder? Ja, ich frage ja nur. Ja, ne, ich... Frag mich auch. So, annehmen. So. Aber wir können ja mal auf einen anderen Server gehen. Doch, das können wir machen. So. Hab ich, ne, natürlich, mir fehlen natürlich noch 2.000 SP. Kommt dann, also ich halte die Aufnahme kurz an. Äh, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und dann auch mit einem anderen Server. Und einer anderen Map. Und einer anderen Map, genau. So wollte ich auch hier mal was zeigen. Nicht nur die ganze Zeit, das war der Helodeck, auch wenn es mein Lieblingsmap ist. Aber, äh, ich würde sagen, bis zur nächsten Aufnahme, bleibt dran, Leute. Und wir sagen, tschüss.